Hallöchen! So, Freitag, die Woche ist fast geschafft, wochenende steht vor der Tür und als letzte Übung für die Woche haben wir uns mal was ganz lustiges überlegt und zwar braucht euer Kind mal so einen Kuschelanzug hier am besten und leider funktioniert das nur wenn in der Wohnung Parkett ist aber dafür ist es umso lustiger. Wollen wir mal anfangen und mal zeigen was wir machen wollen? Ja! Und 1, 2 und 3 und aufstehen, wieder zurückkommen. Komm, 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 schneller! Und 1, 2 und 3 und los! Lass, 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 lass und 1 und 2 und 3! Lass, 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 1, 2 und 3! So, wir haben uns vorher gar nicht überlegt wie wir die Übung nennen wollen. Wie wird's denn? Wie wird's denn? Rutschbahn! Rutschbahn! Rutschbahn, okay. Vielleicht auch der menschliche Wischmopp geht auch. Nee, warum nicht? Ich werde ihn ja ganz leicht vergessen. Okay, na gut. Alles klar, dann schönes Wochenende für euch und gleich sehen wir uns bald wieder. Tschüss! 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 F móf! Wie wird tatsächlich!